Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Phasmophobia, wie immer mit der Phenixa und dem Sachsen. Hallo. Hallöchen. So, wir müssen rausfinden, was es für ein Geist ist. Dann soll man ein Foto von deinem lieben Geist machen. Dein Teammitgliedserzeuger eines Geiste-Events werden und lassen sie einen Geist durch die Salzwandlung. Und der liebe Geist heißt Richard Johnson. Richard. Und der geht nur auf, der Richard und der geht nur auf Leute, die alleine sind. Der ist mit dem Schüchtern. Also ich habe Thermometer... Das ist deine Kategorie. Schüchtern ist meine Kategorie, ich glaube nicht. Ne, aber männlich. Ich habe IMF und Thermometer. Ich habe einen Thermometer und Kamera habe ich mit. Richard, wir kommen. Wenn jemand den Knochen findet, sagt ihr Bescheid. Ja. Jo. Ich bin da schon rum. Einmal. Also es ist letztens Ende hier. Oha... Das ständig funktioniert. Oha. Ja, da. Dann was hier ist.. ص av서비 wohl. 2 Grad, 8 Grad, ich hab einen Raum. Okay. Okay, das ist cool. Wo? Hier. Alles klar, hier davor sind 6 Grad. Aber tatsächlich nur hier. Hört sich im Health schlägt bei der Korn aus. Hat doch jetzt wer. Der Health schlägt bei mir schon im Flur aus, na. Ja, ich hatte 3 Grad. Glaubt ihr das Radio? Warte, ich mach Foto. Hast du Futterbrand mit? Ja. Die Hälfte ist noch weit. Ich hab mal ausgemacht. Geht ihr kurz raus, dann würd ich mal mit dem reden. Mhm. Hermin ist gerade. Cool. Bisschen da. Wo bist du? Bist du hier? Ja. Bist du da? Ja. Sagst du, dass es nicht lustig ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Um nächstes 5 Grad. Also so ruhig reden wir doch nicht mit mir gerade. Gut, dann lass uns das Zeug holen, oder? Was mussten wir noch machen? Oh, Salz, gut. Hat jemand Salz mitgenommen? Nein. Also ich hab ein Buch und eine Kamera. Shit. Ich hab's EMAF nochmal mit und ohne Videokamera. Gut, ich nehm Fingerabdrücke mit. Gut, okay. Gut, okay. Gut, okay. Wie ist denn das nochmal? Egal. 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 Überstrengender. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Und weil eigentlich müssen wir für Aktionen hier auch alleine sein, dass jeder wirklich was tut, also würde ich sagen, entweder der Sachse oder einer von uns sagt nur schreibe das Buch während der alleine im Raum ist, denke ich. Möglicherweise. Tschüss. Ich würd gern ein Waschbecken suchen. Ich passte alle auf Praktikanten auf. Schreib ins Buch. Bin ich wirklich immer noch der Praktikant? Echt jetzt? Wir haben ja mehr Budget. Der hat das Buch gerade bewegt. Auch schön. Ach so? Ich bin auf der Suche nach Waschbecken. Ich mag auch nicht so richtig das Buch. Also Kramjagd ist nicht so seins. Schreib ins Buch. Ich bin immer so schön, als wäre der behindert. Schreib ins Buch. So, ich geh nochmal Zeug holen. Ja, lasst mich nicht alleine hier im Haus, ja? Ja, ich komm auch mit raus. Hä, ich bin da drinnen. Ich suche hier unten nach Waschbecken. Ich suche hier unten nach Waschbecken. Das mit dem Salz ist ärgerlich. Das mit dem Salz? Weil wir kein Salz mitgenommen haben. Warum fotografierst du den Monitor? Weil ich stirff bin. Ach so. Also hatten wir jetzt was? Ein gefrierter Phantom. Ja, ist gut. Phantom, Mare oder Jurai? Oh Jurai. Das sind ja wieder alles sehr aggressiv. Viel stoppen. Jurai wäre Geister Buch. Mare wäre Geister Box. Und Phantom wären EMF Level 5. Welches EMF Level hatten wir? 3. 3. Auf die Geister Box hat er auch nicht reagiert, ne? Bis jetzt nicht. Oh, jeder spielt mit sich selbst gerade. Das klang falsch. Ja, das war äh... Beabsichtigt, würde ich sagen. Sehen wir aber das Buch, wo liegt denn das? Sehen wir das auf der Kamera? Auf dem Bett. Nee. Auf dem Bett liegt das. Ich kann die andere Kamera ja immer noch drehen, dass man das Buch sieht. Ja, wir kennen doch alle rein. Klar. Ach so, was macht denn das Sanity? Bist du los? Äh, weiß nicht. Hab ich nicht geguckt. Ja, da geht's. Dann kann ich Fingerabdrücke ja hier lassen. Merkst du das, sagst du jetzt drückst du dich bitte? Oh, jetzt kann ich ja die Taschenampel zurücklassen. Nee, Fingerabdrücke können ja nicht mehr. Ich hab jetzt ein Kruzifix noch mitgenommen. Wenn jemand Wasser hört, rufen. Alles klar, ich hör's wieder selber. Nee, doch nicht. Nicht mit mir. Bist du da? Bist du... Bist du... Sonst reagiert die ja auch nicht. Sonst reagiert die ja auch nicht. Bist du da? Sprich mit mir. Schreib in das Buch. Warst du das? Das war schon... Guck mal, hier gibt's Bier. Das war schon... Das war schon ein bisschen gemein jetzt. Warum? Er redet gar nicht mehr. Da, Gullard, bist du tot? Schreib ins Buch. Achso. Ich hab nur die Kamera neu platziert. Lass waschbecken suchen gehen. Was sagst du? Lass waschbecken suchen gehen. Also er möchte weder mit mir reden, noch möchte das Buch schreiben. Komisch. Okay. Schreib ins Buch. Was war die dritte Variante? Also Sportbox, Buch und... EMF Level 5. Okay. Haben wir noch einen EMF-Reader hier? An der Tür müsste er liegen. Ich stehe hier bloß einen Thermometer dazwischen. Seid ihr etwa draußen? Ne, wir sind unten und suchen Waschbecken. Aber es geht. Okay, okay. Komm mit. Ich höre bloß Piepen. Ich hab's nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo es liegt. Einen ist noch unten im Van, aber... Wo das Abgedeckte liegt, bin ich mir jetzt nicht sicher. Schreib das ein Geschirr an der Tür? Ja. Hinter der Tür ist es auch nicht. Nein, ich seh's auch nicht. Habt ihr das nicht gehört? Was denn? Was denn? Herzschlag? Ne. War dein eigener? Ne. Ja, dann holen wir noch das andere EMF, oder? Ja. Ja. Schreib was für die EMF. Hast du schon wieder was geklaut? Hast du Bier geklaut? Ja. Das ist gut halt. Das finde ich echt gut von dir. Unfassbar. Vor allem die Eins, ja? Für uns alle. Ja, das ist schon... Ja, wir gehen da nochmal rein. Nein, wir haben noch kein Geister Event, wir haben kein Foto vom Geist in Salz, können wir nicht. Das ist doof. Ich hab's neu entgelegt. Was denn? Ach so ist Bier. Aber wo ist, wo ist denn der andere EMF-Dings? Ach, ich weiß. Okay. Ja, wir sind bei 54, 52, ja dann gucken wir doch mal, oder? Ja. Ja. Das Radio gab übrigens Interaktion. Okay. Aber ich hör immer noch kein Wasser und ich hab noch vor uns keinen gefunden. Oh Gott! Alter! Der war gerade neben der Autos, oder? Der ist gerade uns entgegengekommen. Demon. Ja, alles wanna' sing? eté ich hab' jetzt noch kein Run, bringtag ich zu. Boah! Hat's mich errissen. aja, beimkraut mich. Mann, Mann, Mann. Ich bin für sowas zu schreckhaft ne manchmal. Ich weiß es nicht, ich will jetzt aber ohne nachgucken. Kann man rausgucken. Die Tür geht gerade zu. Ich glaube, der ist gerade so irgendwie aggressiv. Ja, wir können doch nicht ewig bleiben. Unser Sanity war auch nicht da hoch. Die Memphis ist auf vier. Das geht auf fünf. Lass mal gucken wegen der Fotos. Ich habe vorhin eins gemacht. Ja, ich habe nur die Tür dran. Also wir haben Interaktionen. Zweimal und aber kein Geist. Könnte hinkommen. Ich glaube, das Phantom war sehr schnell. Und der war wirklich fix. Und der verschwindete Welt, der Bild macht. Geisterevent haben wir abgeschlossen. Seidbrauen noch. Ah, ne, haben wir halt nicht mit. Ne, haben wir nicht. Das ist gut und auch theoretisch. Also Phantom verursacht Angst in den Menschen um ihn herum. Senkt ihren Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Fotografieren sie, das Phantom verschwindet ist temporär. Ja, dann. Habt ihr jetzt Pillen genommen? Also ich ja. Was für die sind so gemein, ne? Unfassbar, ne? Gemein. Sollen alle sterben. Ja, egal. Ich denke mal, es ist Wasser, aber es war keins. Hast du jetzt hier das Licht einlemmert? Nein. Okay, also. Unfassbar, 2. Was piepst so laut? Unfassbar, 5. Okay, dann kann man jetzt sicher sein. Oh, ist das laut. Togolat, geh mal raus. Okay. Zeige dich. War schön, dich kennengelernt zu haben. Zeige dich. Zeige dich. Zeige dich. Fest, da sagst du fest, entschlossen, ja. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Mach mal die Tür zu. Ja, Silber. Nein, das muss ich nicht. Das machen wir nicht. Zeige dich. Das rät ja schon rein. Ja, rennt rein. Alles gut. Ich bin nicht drin. Alles gut. Ich bin in dem Nachbaraum. Zeige dich. Zeige dich. Zeige dich. Vielleicht musst du mit dich in den Raum reingehen. Ja, so mutig bin ich dann ohne. Oder dich in eine Ecke stellen, wo es kein Entkommen gibt. Komm, zeige dich! Mit dem Namen probieren. Ich weiß nicht mal mehr, wie der... Richard, zeige dich! Richard! Nee, Richard war's. Richard, geh! Vielleicht ist das ja ein Sachse, ja? Der versteht das nur so. Richard! Richard, zeige dich! Zeige dich, Richard! Vielleicht geht das ablos mit dem vollen Namen? Ich bin mir nicht sicher, halt. Wie hieß denn der mit Namen? Das weiß ich doch nicht. Richard Johnson! Richard Johnson, zeige dich! 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 Daher über eine Lichter ausgehen, würde ich sagen, schnell raus. Jo. So, ich hab meinen mutigen Port für heute abgeschlossen. Sehr gut. Du wolltest es jetzt aber unbedingt wissen, ne? Ja. Aber dadurch, dass du es so gut kannst, werden wir dich immer vorschicken an der Stelle. Ne, ne, mein Sanity ist weiter unten jetzt. Ne, jetzt brauchen wir ja eigentlich nochmal rein. Okay, genau. So, das kann man ja machen oder brauchen? Alles an, das haben wir ja. Weil man sieht gar nichts auf dem Bild, ne? Naja, überhaupt so ausgildet. Ja. Ich hab heute bloß noch null Bilder, also ich kann kein Kind mehr machen. Du kannst ja gerne nochmal reingehen und nochmal ein Umliches machen. Wenn ihr Wischel beschweren. Achja. Ich mag das Farmhaus nicht. Ich find das Farmhaus viel gruseliger als alle anderen. Cool. So. Haut hin. Achso, wieder zufügen hier. Achso, erstmal verabschieden, ne? Jupp. Right in dir. Hm, das ist sehr schön. Ja. Achso, hast du so viel Freude daran wie ich? Ja. Ja, naja. Ich hab schon mal zum Sachsen gesagt, wenn man in dem anderen Charakter ist, die Zähne sind viel gruseliger als alles, was das Spiel zu bieten hat. Das stimmt. Das stimmt. So, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.